Willkommen zu meinem ersten Endgame Let's Play! So, wir spielen jetzt hier eine Runde Endgame. Und das ist die allererste Runde, die ich spiele. Anscheinend Capture the Strike. Sonst würde hier keine Frage stehen. Es ist hier anscheinend schon relativ groß. Und ich bekomme schon die ganze Zeit die Nachrichten. Deswegen kommt dieser komische Ton, glaube ich. Werden Sie nicht mehr mit, Kollege? Ich spiele gerade auf dieser Breitlein-Karte. Und das scheint irgendein Fahrzeug zu sein mit irgendwas oben drauf. Ist das eine Flugabwehr oder sowas in der Art? Irgendeine Art Markiertenwerfer-Auto? Ich kapp mich noch gar nicht mit mit dem Game of Thrones gehört. Sondern der Typ hier kann ich fahren. Ich steig wieder raus. Ohne mich, Leute. So, die Flagge steht dort. So groß ist die Karte. Oh, oh, Spyper! Nein, Spyper! Spyper! Lass mich in Ruhe. Nee, ich kasselig. Nee, ich find' ich so komisch laufen. Hoffentlich ist er gar nicht anders gesagt. Er trifft mich nicht. Ah, der hat mich getroffen. Okay. Gut, ich werd mal kurz was einstellen. Bis gleich. So, dort bin ich wieder. Oh, da ist ein Gegner. Irgendwo hier. Das soll nicht auf der Zeit sein, oder? Oder wo sind die? Da ist doch einer. Ich hab doch einen gesehen. Wo ist er? Da. Ach! Boah, Alter! Geht es? Ich kann den Typen nicht mal sehen. So, 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 80 Grad. Ding umgedreht. Und, zack! Krass! Der hat auf einen Kollegen geschossen. Äh, gut. Wo spawn ich jetzt am besten? Schon gut. Ich bleib mal in einem Lehrenspot, weil ich hab' gar nicht kündigt, dass ich spiele. Oh! Ein Dirtbike! Ein Dirtbike! Ja, komm! Ich werd' erstmal so fahren. Gucken, wie das so ist. Dann werd' ich mal versuchen, mir die Flagge abzuholen. Die dort steht. Oh! Mal sehen, ob ich meinen ersten... Toll! Man braucht ja einen Dirtbike-Kill für irgendeinen Auftrag. Mal sehen, ob ich ihn schon kriege. So, dort ist die Flagge. Hab' ich jetzt draus? Nee, hab' ich nicht. So ne Kacke. Los! Komm, hier auf mein Dirtbike! Komm auf mein Dirtbike! Hier, komm! Flammenträger! Ach, er fährt mit dem Auto weg. Oh, ich muss nicht mal mit dem Dirtbike umfahren. Nein, ist wieder weg! Dieser Arsch! Wie kann er sich das erlauben? Da muss ich selbst nehmen. Da hat mein Dirtbike hinterher. Wer ist denn da? Ist gerade hinten drauf? Keine Ahnung, irgendjemand? Da hinten ist ja... Ach, unsere Flagge! Oh! Die muss ich abholen! Oh, Flagge auf der Wegen! Dam, 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 dam! Tillen kommt, um alle zu retten! Die Flagge... Oh! Ist das ein Panzer? Naja, so viel zur Flagge retten! Flagge in den Panzer? Den werd' ich mal versuchen, irgendwie hinterherzuschleichen. Oh! Oh, so knapp, so knapp! Komm, Kollege, genau! Du Fuzzle-Bowl! Du hast jetzt die Flagge! Nein! Ja, ein Revise! Boah! Die Flagge! Hab' ich die Flagge? Hab' ich sie? Nee, wie nehm' ich die Flagge aus? Hier, ich hab' die Flagge! Komm, hol' mir auf'n Dirtbike ab! Hier, hier, nehm' ich mich! Ich hab' die Flagge! Schön, fahr! Fahr! Ja, war der erste Flagge! So! So, hab' ich die Flagierten drauf? Ich seh' jetzt grad' gar nicht! Kann' ich gucken? Komm, du, ist hier jetzt zurück zur Flagge! Was? Wieso, ich hab' dort die Flagge aufgesammelt? Ach, das ist unsere Flagge, die ich grad' zurückgebracht habe! Stimmt! Ist das ein Gegner? Nee, das ist ein Kollege, glaub' ich! Ist das wieder unsere Flagge? 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 Ist das wieder weggebracht jetzt? Hey! Wo fährst du hin? Da war irgendwas! Warum hab' ich einen Einflussmodus drin? Jetzt fähr's! So! Wir zeichnen ohne Dirtbike, Kollege! Kommst du mit? Ja, er kommt wieder mit! Wir haben was noch ist! Wir haben uns gerade geklingelt! Wir sind jetzt schon ein super Team! Dort ist eine Flagge! Achso, man muss doch nicht daneben stehen bleiben, um ihn zurückzubringen! Kann das sein? Ja! Stimmt! 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 So, Kollege! Oh! Ich glaub' er wurde da drunter gesniped! Oh! Ja! Der arme Typ wurde drunter gesniped! Sorry, deswegen! Was macht der mit dem Dirtbike dort? Keine Ahnung! Meineswegen kann er da sterben! Ähm! Oh! Da ist wieder einer auf dem Dirtbike! Anscheinend fahren immer alle Dirtbike! Wundert mich jetzt auch nicht großartig! So! Dort ist wieder unsere Schlange! Ist die feindliche Schlange! Oh! Die! Ich hol' dich ab! Ich hol' dich ab! So! Jetzt geht's erstmal rüber! So! Weeeee! Oh! Und er ist auch auf dem Dirtbike! Ich komm' hinterher! Oh! Ups! So! Wir skottieren hier mal! Oh! Ein Heli! Oh! Er kommuniziert das Dirtbike! Ein Heli! So ne Kacke! Ein Heli! Was macht der da? Was müssen wir jetzt machen hier? Wir haben die Schlange jetzt hierher gebracht! Und weiß irgendwie, wie geht's weiter? Ja! Ach toll! Komm! Kann mich mal wiederbeleben? Jetzt bin ich gerade zuhause und jetzt kommt dieser scheiß Middle Bird! Oh! Ich hab schon zwei Kills an der Spiele gemacht! Oh! Eine! Und ab geht's! Da ist er! Wow! Guck mal ein Little Bird! Oh! Jetzt hab ich kurz left! Oh! Ein Riesenleck! Oh! Das war knapp! Und da hab ich ihn! So! Dann hab ich den Flaskat nochmal deployed bekommen! So! Und da ist einer mit der Flange! Oh! Da ist gerade ein Nerdbird-Explosion, wie es ausschaut! Oh! Was ist gerade los hier? Das ist jetzt ein Lecks! Irgendwie war ziemlich blöd aus! Warum hab ich nichts? Ich hab gerade seit 7 Mbit's Battlefield gedownloadet! Was ist jetzt hier los? Oh! Da fährt ein Dirtbike! Da schnapp ich mit dem Heli! Oh! Das ist gar kein Dirtbike! Das ist ein Auto! Irgendwie ungepanzertes! Komm her! Oh! Das war gut! Hab ich auch noch mal die Frage! Ah! Und der Typ hat mich! Wir sind jetzt schon super Freunde geworden! Komm Dirtbike! Komm Dirtbike! Komm Dirtbike! Komm! Oh! Kacke! Na schnell nach! Boah! Ist das schwer das Dirtbike zu treffen! Boah! Wie kacke schwer ist denn das? Kacke! Wo ist das Dich? Was von schießt von wo auf mich? Ist das ein Soflamm? Ich gehe mal davon aus, dass hinten ein Soflamm steht! Sonst wird schon links was auf mich zufliegen! Oder ich will mal den Dirtbike! Du musst hier abgekacken! Abgekackt! Was gar nicht so unwahrscheinlich ist! Nee! Ich glaube sie ist noch da! Oh! Da ist ein Dirtbike! Nicht mehr lange erstmal heranschleichen! Bis ich ein gutes Schussfeld habe! Und dann! Oh! Dann stück er selbst! Ohne mein eigenes Zuführen! Warum ist der Dirtbike so kackeleisam? Geht man auch mal schneller oder? Irgendwie kommt der mir scheiße langsam vor! Hm! Woran liegt's wohl? Ich weiß nicht was ich hier machen soll! Ist ja besser als keiner so möglich! Warum haben wir unsere Flagge? Und der? Na, braucht jemand! Da lief jemand! Mein Gott! Das fliegt langsam! Und da steht jemand! Oder? Komm, komm, komm! Flagge zurück! Irgendwie mache ich das am besten! Au, 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 au Au, au, au Au, au! as Singenaketen! Das sindüsse! Das Ganze ist mir nicht geheuer! Komm, du ist ein bisschen aus... Du schlägt so ein bisschen aus und ich komme nicht um den Sniper hier! Das Ganze ist mir nicht geheuer! Was schießt er auf mich? Au, nein! Oh, jetzt muss ich raus. Oh, ich bin nicht getötet. Ach so, ich bin schon irgendwie tot. Aber der auch, der auch. Der geht down. Ja, ja, komm, explodier. Oh, schade. So, ich spiele jetzt mal eine Runde Pionier. Mit irgendwas, was ich gut kenne. Ich spiele mal die AKS-74U. Mit schwerem Lauf und alles. Dazu nehme ich dann mal... Ja, gut. Der RPG tut es ganz gut. Geh in den Panzer. Irgendjemand ist hier drin, die Trauma. Komm, wir holen jetzt mal unsere Flagge zurück. Die ist da hinten. Ich glaube, wir müssen unsere Flagge zorckeln, bevor wir unseren Punkt abgeben können oder so. Wo stehe ich die Punkte hier? Oh, 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 das Bike, das Bike. Kaffee bekommen? Ja, anscheinend schon. Nee, 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 der lebt noch. Ah, ich habe ihn bekommen. Haha. Komm, wir beide uns jetzt die Flagge. Nee, Trauma. Oh, und noch ein Gart-Gart-Typi. Ja, die sind hier sehr beliebt. Oh, oh, oh. Oh, Flagge. So, komm, wir beide uns jetzt die Flagge. Und da ist ein Auto. Oh. Komm schon. Ah, das hat man bekommen. Jetzt reicht's mir jetzt. Haben wir dich gerade bekommen? Schnell die Reise, bevor die nächste Rakete einschlägt. Da war sie. Oh, jetzt fliegen die Raketen nur so um sich. Schnell weg mit dem Dirtbike. Oh, kacke. Voll gerade wieder los, aber dann auch sich wieder ein Panzer. Ja, es ist schon aufgefallen. Wenn man die Addons spielt, sind in den ersten paar Tagen richtig viele High-Rank-Spieler in den, äh, in den Games. Oh, der Niddle-Dirt ist ja da. Dann stell wieder rein. Übrigens, jetzt gerade spiel ich tot ernst. Oh. Wie ich eigentlich selten spiele. Das heißt, ich spiele wirklich Fahrzeuge. Ich spiele komplett abwechslungsreich. Oh. Okay, der hat mich gesehen, der Typ. Okay. Jetzt bin ich am Arsch. Oh, kacke, 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 kacke. Habe ich einen Reparatur-Typ drin? Oh, 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 oh. Wen möchte ich... Warum explodiert er hier nicht so? Irgendwie... Ach, der hat einen Reparatur-Typ hier drin gehabt. So viel dazu. Aber ich bin hier Kittplatz 1. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß gar nicht, wie ich das Flavit zurückbringen gebracht hat. So, ich nehme erstmal hier eine... eine... eine Iga. So, der hat schon mal viel Spaß damit. Jetzt geht er down. Komm. Und sich um Zweite. Perfekt. Oh, der Reparatur zieht wie der Arsch. Ah, komm schon. Ich hab ihn rausgeschossen. Ah, ach, ach, ach. Ich hab ihn auch rausgeschossen. Wie ist der reparieren? Oh, das wird cool. Das wird echt cool. Schnell, schnell. Kann er sich austauschen? Schnell. Ah, ich krieg's auch. Ich krieg's an. Ah, ja. Perfekt. Ach, gut. Und jetzt? Hier, die Flögel zurückholen. Dass ich da irgendeinen Arsch geschnappt hat. Na? Na? Oh, das ist ein Panzer. Das ist ein Panzer. Ah! Ich hab hier einen Heli. Mit dem muss ich gut umgehen, weil so lange ich den habe, können wir ihn nicht haben. Und das ist ziemlich gemein. So, für Panzer und sowas hab ich ja Gott sei Dank das Ding hier. Wee! Viel Spaß damit. Und einen Kill gehabt. Weil irgendein Typ gerade reparieren wollte, geh ich davon aus. So, jetzt ne schöne Drehung machen. Au, der Panzer sieht mich immer noch. Und direkt die nächste Rakete drauf. Fahrzeugkampfunfähig gemacht. Das ist ja schon mal was. Ein Soflamm wäre ganz fett, Leute. Gerade aus dieser großen Karte hier. Mir gefällt jetzt schon die Karte, wie sie aussieht. Viele große Areale, nicht zuverschachtelt. Da ist ein Soflamm. So, schade, dass kein Zappel daneben lag. Ich habe mal, kein Scherz, einen 4er Kill mit einer Rakete geschafft. die ich auf dem Soflamm geschossen habe. Au, da wird geschossen. Wir brauchen ein Team-Unterstützung. Genau, leg mich hin. Wow, 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 wow. Das war knapp. Jetzt hat sich mein Heckrotormig was rumgewickelt. Au, au. Das ist unsere Flagge. Wir feiern sich, die Flagge. Perfekt, wir haben einen Punkt gemacht. Ich werde mich jetzt erstmal Sicherheit bringen, bis ich mein Leben regeneriert hab. Warum kommen diese Blöds hier so scheiße langsam und schwerfällig vor? Ich frag mich, ob man die Flagge mit dem Heli abholen kann. Das wäre ziemlich unfair, aber auch schwierig, wenn man mit dem Heli landen müsste. Ich glaube, das Flaggent hier können keine Fahrzeuge fahren. Oh, da ist jemand an diesem Ding. Kann ich das anvisieren? Ja, da ist tatsächlich jemand dran. Oh, da war jemand dran. Au, 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 au. Das macht halt nicht jemand. Das ist schnell weiter. So, ich hab hier ein Heli. Das heißt, darüber muss ich mein Team keine Sorgen machen, dass der Heli kommen könnte. Oh, da ist ein Dirtbike, was da so gefahren ist. Das Schiefe ist erstmal kaputt, damit die bloß nicht aus ihrer Basen rauskommen. So, ich werd diesen Heli jetzt nicht mehr hergeben, auch wenn das jetzt mehr durch ein bisschen langweilig wird. Aber es ist zumindest authentisch. Ach du Scheiße. Wir brauchen fünf Flaggen. Und haben grad mal zwei. Oh, unser Heli liegt da. Ich schieße ihn mal kaputt, damit er schnell respawnt. Oh, da zeigt mir, was angeht jetzt. Hier, nochmal. Ach, jetzt sind so Flammen. Das seh ich jetzt schon wieder. So. So, Flammen, wo bist du? Da ist es. Oh, knapp. So, hoffentlich schieße ich mich jetzt nicht raus, wenn ich mich so schön hier drehe. So smooth umdrehe. Ja, perfekt. Jetzt noch das Ballding wegschießen. Mein Gott, die Hitbox, von denen kann es unbedingt mal gefixt werden. Ach, leck mich doch. Da hab ich jetzt kein Bock draus. Was sieht mich da an? Wahrscheinlich dieser komische Anti-Air-Jeep. Geschütz bereit? Was für ein Geschütz? Ah, da ist was. Und die haben keine Warnmeldung. Komm schon, komm schon. Bleib drin, bleib drin. Oh. Hitman cheated. Keine Ahnung. Oh. Schade. Ja, schön. Oh, ich hab gehofft, dass wir blöd genug sind, mal rumzugehen. So, wir haben Gott sei Dank beide hier. Das heißt, die können jetzt richtig unter Druck setzen. Und mein Team holt die Flaggen. Mein Team ist Gold wert. Genauso wie mein Squad. Und der andere Typ. Die machen hier ganz gute Arbeit. Oh, das ist so, Slum. Komm, bleib drin, neben mir stehen. Bleib drin, neben ihm stehen. Genau so hab ich mein Fierer-Kill geschafft. Keine Scherz. Es war allerdings Space Rape und auf den feindlichen Flugzeugträger. Nein, nein, die dürfen nicht sterben. Was schießt er aus euch? Oh, ein Panzer. Oh, 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 was war das jetzt? Was? Was war das? Ich hab mich so komisch abgestürzt. Das war jetzt ein riesiger Leck. Ja, ich weiß, dass du gerade mit der Channel anwesieren, wie es ist. Aber ich mach genau das Ding hier. Das ist dann doch etwas zuverlässiger. Kill? Kill. Haha. So, wir haben die feindliche Flagge. Wir haben unsere Flagge. Der gibt dir die Flagge ab. Und ich wünsche dir viel Erfolg beim Flaggen abgeben. Mein Team hat getrunken. Schön, Leute. Jetzt bringe ich die Trammer mal wieder in deren Basis. Also ich glaube, hier wird Base Rape groß geschrieben. Kann ich ihn abholen? Ach nee, da wurde ein Panzer abgerollt. Das ist natürlich noch besser. Würde ich fast behaupten. Oh, wir haben noch einen Panzer. Ist da jemand drin? Oder ist das... Es wurde auch spawnt den Panzer dort. Oh, jetzt. Na, ich glaube, der Panzer spawnt dort. Komm, wir sehen jetzt zu, wie die Flagge gegeben wird. Ja. Ja. Komm, gib die Flagge ab. Gib die Flagge ab. Wir sehen dir alle dabei zu. Oh. Unsere Flagge wurde gerade geklaut und ist wieder da. Ja. Und wir haben gewonnen. Haben wir gewonnen. Ist das der erste Sieg? Im... Super, Leute. Das war dann die erste Runde von... Nein, wirklich. Kein Scherz. Das ist meine allererste Runde Captain the Flake, die ich hier gespielt habe. In Battlefield. Ich denke, wir waren jetzt erfolgreich, weil wir schon mit ein paar Leuten dabei gewesen waren. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht einige, die ich noch nicht kenne. Gut, dann sage ich mal bis zum nächsten Mal. Es wird wahrscheinlich noch ein... In einer Woche oder so, denn zwei... Eher in zwei oder drei Wochen wird ein Endgame-Video kommen. Was ich von Endgame halte. Eine kurze Zusammenfassung. Eine Art Commentary. Ja, Witten Commentary, ganz klar. Da kann ich mich schon mal noch freuen. Verwandtes, Verwapptes Banner. Keine Ahnung, was es ist. Äh, guck mal schnell nach. Aufträge. Äh, wo ist es? Wo ist es? Verwapptes Banner. Euro 2 bringt uns zurück. Gut, Leute. Ich bin dann weg. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Ciao.